Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werden wir einen JTL-Connector einrichten, um JTL-Wawi mit einem Presta-Shop zu verbinden. Das Video richtet sich an erfahrene Benutzer, da wir mit einem FTP-Client Dateien hochladen und verändern müssen. Presta ist in unserem Fall schon länger im Einsatz und ist daher schon mit Artikeln und Bestellungen befüllt. JTL-Wawi hingegen ist frisch aufgesetzt und wir möchten sie direkt mit dem Shop verbinden. Der JTL-Connector bietet uns einen entscheidenden Vorteil. Wir können unsere täglichen Arbeiten alle in JTL-Wawi erledigen und müssen uns nicht immer ins Presta-Backend einloggen. Als erstes loggen wir uns ins JTL-Kunden-Center ein und gehen dort auf den Menüpunkt Lizenzen. Hier wählen wir den Punkt JTL-Connector aus. Hier wählen wir einen Connector aus und klicken auf Testen. Dann gehen wir auf Aktion Webshop-URL ändern. Hier tragen wir jetzt die URL unseres Shops ein. Nach einem Klick auf Ändern ist die Domain eingetragen und mit einem Klick auf Zurück kommen wir wieder zurück zur Lizenzverwaltung. Wir müssen noch den Connector herunterladen. Das machen wir unter Aktion Download. Damit laden wir einen Punkt ZIP-Archiv herunter, in dem sich der Connector befindet. Oben befindet sich unser Wawi-Lizenzschlüssel. Diesen Lizenzschlüssel müssen wir uns notieren. Wir brauchen ihn später für die Einrichtung von JTL-Wawi. Um den Connector auf unseren Webspace zu laden, verbinden wir uns mit einem FTP-Client. In diesem Video benutzen wir FileZilla, aber jedes andere FTP-Programm funktioniert natürlich auch. Wir wechseln als erstes in das Verzeichnis Modules von unserem Shop. Wir laden den Connector, den wir eben aus dem Kundencenter heruntergeladen haben, ins Modules-Verzeichnis vom Presta-Shop hoch. Bitte beachten Sie, dass Sie nicht die Punkt ZIP-Datei hochladen müssen. Die Punkt ZIP-Datei muss entpackt werden und der darin enthaltene Ordner, JTL-Connector, muss hochgeladen werden. Dann wechseln wir in das Verzeichnis vom Connector. Im Connector müssen wir noch die Schreibrechte für die Verzeichnisse DB und LOGS auf 777 setzen. Jetzt sind wir mit dem FTP-Teil der Einrichtung fertig. Wir wechseln in das Shop-Backend. Wir müssen noch ein paar Einstellungen im Admin-Bereich vornehmen. Als erstes aktivieren wir die SEO-URLs. Das ist nicht zwingend notwendig, aber erfahrungsgemäß sind SEO-URLs immer vorzuziehen. Falls ihr Presta schon länger im Einsatz ist, sind diese URLs sicher schon aktiv. Aber falls nicht, aktivieren wir sie unter Voreinstellungen, SEO und URLs. Hier scrollen wir etwas herunter und aktivieren die Einstellung Benutzerfreundliche URL. Dann speichern wir die Einstellung. Als nächstes richten wir den Connector als Modul im Admin-Bereich ein. Dafür wechseln wir zu Module und suchen das Modul JTL-Connector aus und klicken auf Installieren. Wir bestätigen die Installation und jetzt öffnet sich das Connector-Modul. Hier notieren wir uns die URL und das Passwort für den Connector. Wir brauchen beides später bei der Einrichtung in JTL-Wawi. Wir klicken auf Speichern und damit ist die shopseitige Konfiguration des Connectors abgeschlossen. Unsere Wawi ist im Moment noch leer, aber das werden wir jetzt ändern. Dafür tragen wir als erstes den Lizenzschlüssel aus dem Kundencenter am Anfang ein. Das machen wir unter Hilfe Lizenzen – Lizenzverwaltung. Hier tragen wir nun den Lizenzschlüssel aus dem Kundencenter ein und klicken anschließend auf Bestätigen. Alle aktiven Lizenzen, darunter auch unsere Connector-Lizenz, werden jetzt aufgelistet und wir klicken auf Beenden. Jetzt müssen wir noch den Connector mit JTL-Wawi verbinden. Dafür wechseln wir zu Webshop – Webshop-Einstellungen. Wir klicken auf Hinzufügen, um einen Webshop anzulegen. Wir vergeben zunächst einen sinnvollen Namen für den Shop. Dann tragen wir die Webshop-URL aus dem Shop-Backend ein. Hier müssen wir genau die URL eintragen, die im Backend vom Shop drin stand. Unter Passwort tragen wir das Passwort aus dem Backend ein. Das Feld Benutzername lassen wir frei. Wenn wir jetzt auf Testen – Lizenz aktivieren klicken, erhalten wir eine positive Rückmeldung und JTL-Wawi kann eine Verbindung zum Presta herstellen. Jetzt öffnet sich die Wawi-seitige Connector-Konfiguration. Auf der linken Seite werden die Kundengruppen gemappt. Jeder Kundengruppe im Shop muss genau eine Kundengruppe innerhalb der Wawi zugeordnet werden. Zu jeder Kundengruppe innerhalb des Shops muss es also ein Gegenstück in der Wawi geben. Aber nicht zu jeder Kundengruppe in JTL-Wawi muss es ein Gegenstück im Shop geben. Die Zuweisung machen wir mit einem Doppelklick und wählen dann aus dem Dropdown die Kundengruppe der Wawi aus, die der Shop-Kundengruppe auf der linken Seite jeweils zugeordnet werden soll. Unten finden wir einen Button, mit dem wir bei Bedarf die Kundengruppenverwaltung von JTL-Wawi öffnen können, um neue Kundengruppen anzulegen. Im mittleren Block legen wir fest, welche Daten bei einem Webshop-Abgleich zwischen Wawi und Shop übertragen werden sollen. Unser Presta ist in diesem Video schon länger im Einsatz. Daher möchten wir alle Artikeldaten inklusive Kategorien und Bilder bei einem Webshop-Abgleich vom Shop holen. Die Checkbox Vorhandene Artikel aktualisieren regelt den Umgang mit Artikeln, die im Shop angelegt sind, deren Artikelnummern aber schon in JTL-Wawi vergeben sind. Ist die Option aktiviert, werden die Wawi-Artikel auf Basis der Shop-Artikel aktualisiert. Ist die Option deaktiviert, werden die Shop-Artikel mit den bestehenden Wawi-Artikeln verknüpft und beim nächsten Abgleich unter Federführung der Wawi überschrieben. Wir möchten auch alle Aufträge und Kunden vom Shop abholen. Daher aktivieren wir die entsprechende Checkbox. Damit die Artikeldaten im Shop immer synchron mit denen der Wawi sind, setzen wir den Haken Daten zum Webshop senden und wählen Artikel komplett. Auch die Bilder möchten wir synchron halten. Daher aktivieren wir die entsprechende Checkbox. Dafür möchten wir auch Bilder, die wir in JTL-Wawi löschen, aus dem Shop löschen. Hersteller möchten wir nur zum Shop senden, wenn Artikel online sind, die den Herstellern zugeordnet sind. Also aktivieren wir die entsprechende Checkbox. Auf der rechten Seite sehen wir die im Shop und in JTL-Wawi eingerichteten Steuersätze. JTL-Wawi kontrolliert, ob für jeden Steuersatz aus dem Shop ein passender in JTL-Wawi hinterlegt ist. Im Reiter Synchronisierungsoptionen sehen wir eine Übersicht über alle Daten, die zwischen Connector und Shop übertragen werden können. Wenn Sie genau einsehen möchten, welche Daten übertragen werden und welche nicht, können Sie das hier jederzeit machen. Im Reiter Funktion können wir jederzeit einsehen, welche Funktionen mit dem Connector unterstützt werden und welche nicht. Im Reiter Zurücksetzen können wir das Mapping zwischen Connector und JTL-Wawi resetten. Wenn wir diesen Button drücken, werden alle Bestellungen, Kunden und Artikel vom Shop erneut abgeholt. Das macht zum Beispiel Sinn, wenn wir einen Backup in JTL-Wawi einspielen mussten und die Bestellungen erneut abholen müssen. Im Reiter Übertragungsparameter finden wir Einstellungen für die Kommunikation zwischen Wawi und Shop. Diese Einstellungen sollten nur von erfahrenen Benutzern angepasst werden. Hier können Paketaufbau und Größe beim Abgleich genau eingestellt werden. Wir speichern die Konfiguration und erhalten die Meldung, dass der Connector jetzt fertig eingerichtet ist. JTL-Wawi ist ab jetzt das federführende Element und Änderungen im Shop sollten nur noch mit JTL-Wawi gemacht werden. Zum Beispiel Preis- oder Bestandsanpassungen sollten ausschließlich über JTL-Wawi gebucht werden. Wir schließen die Webshop-Einstellungen und machen jetzt unseren Webshop-Abgleich, um alle Artikel, Bestellungen und Kunden vom Shop abzuholen und in JTL-Wawi anzulegen. Das machen wir mit einem Klick auf Webshop. Dann bestätigen wir den Webshop-Abgleich mit einem Klick auf Starten. Der Webshop-Abgleich kann je nach Anzahl der Daten und der Serverleistungen ein paar Minuten dauern. Am Ende erhalten wir eine Übersicht, welche Daten vom Shop abgeholt und welche hin versandt worden sind. Und unter Aufträge wurden unsere Shop-Bestellungen als Aufträge für JTL-Wawi übernommen. Wenn wir hier den Status eines Auftrags ändern würden, also zum Beispiel den Versand setzen oder den Auftrag stornieren würden, würde diese Änderung zum Shop übertragen werden. In der Produktübersicht wurden jetzt die Kategoriestruktur aus unserem Shop mit allen Artikeln eins zu eins übernommen. Wenn wir hier jetzt zum Beispiel Preisänderungen vornehmen würden, könnten wir diese Änderungen sofort in den Shop übernehmen. Wie wir Artikeldaten anpassen oder Aufträge ausliefern, schauen wir uns aber in anderen Videos genauer an. Dies war ein Videotutorial zur Einrichtung des JTL-Connectors an einen Presta-Shop und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.